Ja, einen wunderschönen guten Tag hier live gerade für Sie, meine lieben Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Egal wo, in welchem Land, zuerst möchte ich Ihnen von Herzen mal gratulieren, diejenigen, die auch nach Dubai gekommen sind, für das Unternehmen Dubli. Ganz spezielle Grüße gehen in den Süden von der Schweiz, in die französische Schweiz. Ganz liebe Grüße von dieser Seite und vor allem auch ein Riesenkompliment für die extrem tolle Zusammenarbeit, die wir hier gemeinsam die letzten Monate verbringen durften. Ganz liebe Grüße auch nach Spanien, nach Chile, nach Costa Rica, nach Deutschland. Ja, global sind wir aufgestellt und das freut mich auch sehr. Und vor allem, was mich sehr freut, ist auch das Echo, was wir gehabt haben, gerade auch in Deutschland oder eben auch in anderen Ländern, über das Echo, was wir von Dubai nach Europa getragen haben. Sehr viele Leute in dem Vertrieb bei uns im Team haben sich auch wieder freigeschalten, haben die Chance gesehen, haben auch gesehen, was für Neuigkeiten jetzt gerade auf sie zugekommen sind. Einige Leute haben mich angerufen und gesagt, Stefan, ich muss dringendst wieder ein Meeting aufbauen. Ich habe gesehen, das und das und das und ich habe gesehen, die App kommt. Ich habe gesehen, das Partnerprogramm wird scharf geschalten in dem und dem Bereich etc. Und das ist eine Riesenchance. Ja, es werden in Deutschland, in Düsseldorf, in Köln, in Berlin, in Hamburg, in München und auch hier in der Schweiz natürlich überall jetzt die Meetings hochgefahren. Da zeichnet sich wirklich auch die Bereitschaft und vor allem auch die Leaders, die jetzt auf dem Weg Richtung Selbstdirektor oder eben auch Richtung Vice-Präsident oder höher sich jetzt klar geäussert haben, auch gesagt haben, das ziehe ich jetzt durch. Vor allem möchte ich auch denen, meine Damen und Herren, einfach mal einen Input geben. Diejenigen, die vielleicht vor einem Jahr sich mit Dubli mal informiert haben, vielleicht sogar eine Position genommen haben damals. Schaut euch mal an, was für Volumen da entstanden ist. Also auch da bekomme ich enorm gutes Feedback, dass Leute sagen, hey Moment schnell, jetzt habe ich wieder mal meinen Account freigeschalten und habe gesehen, da ist ja ein massives Volumen entstanden. Ja, wir sind tagtäglich, auch an den Wochenenden sind wir in den Calls drin. Es ist gerade die Abklärung Ungarn, dann Kroatien, andere Länder wie Bosnien, Tschechien etc. oder eben auch Indien und Russland. Das ist ein Riesenthema und ich kann Ihnen nur eines sagen, wir sind jetzt extrem auf Expansion, zum einen, zum anderen natürlich auf Positionen aus und da wird sich jetzt nicht nur die Streu von der White trennen, sondern Sie werden auch sehen, wie einfach, wie simpel dieses Geschäft duplizierbar ist und vor allem auch, wie schnell unsere Leute wirklich auch hier in Top-Positionen reinkommen und das in einer Einfachheit, in einer duplizierbar einfachen Art, weil natürlich unser Unternehmen uns auch die Werkzeuge, die Sie auch im Backoffice drinnen sehen, wirklich zur Hand gibt. Ich empfehle Ihnen auch, wirklich mit Ihrem Sponsor oder mit Ihrer Sponsorin Kontakt aufzunehmen und sagen, hey, lass mich das tun, lass mich mal mit dir zusammen zu arbeiten oder dann gehen Sie eine Linie höher zum nächsten Sponsor, sprechen Sie sich ab, zeichnen Sie ganz klar Ihre Ziele an, geben Sie die ab und ja, geben Sie ein klares Commitment und sagen, hey, beim nächsten Event, und das ist ja jetzt in einem Jahr und glauben Sie mir rein, zwölf Monate gehen sowas von schnell vorbei, da will ich dabei sein, da will ich mein Team präsentieren, da will ich die Position X haben und dementsprechend auch mein Income massiv verbessern, ich gebe mir die Zeit, ich will das tun. Nehmen Sie auch Führungspersonen zu sich, sprechen Sie das wirklich mit Ihnen ab und sagen ganz klar, was sind denn Ihre Ziele, wo wollen Sie hin und das ist heute wirklich mit Dubli in allen Bereichen möglich. Sie werden jetzt dann auch in den Presse, vielleicht haben Sie das schon gesehen, es ist massiv, was von Dubli gesprochen wird, positive Inputs, was Dubli ist, in welche Richtung Dubli denkt, was gerade passiert, bezogen auf die Nasdaq, bezogen auf andere Bereiche, wo Dubli ja massiv jetzt gerade um Jahre vorausgeht gegenüber dieser Industrie. Und vielleicht haben Sie auch in Zukunft gerade, werden Sie einige Liederinnen und Lieder treffen, wo Sie sagen, das gibt es ja gar nicht, die sind doch aus einer sehr komfortablen Situation, sind die gewechselt zu Dubli und das hat einen Grund, meine Damen und Herren, weil Dubli einfach zum heutigen Zeitpunkt wirklich für jeden das Passende hat und vor allem, wenn ich so die Interviews abhalte mit wirklich Liedes, wo 10.000, 15.000 Leute haben oder eben auch mal eine Corporate-Position gehabt haben, weshalb wechseln die zu Dubli? Das hat einfach der Grund, dass Dubli jetzt bewiesen hat, zum einen bewiesen hat, mit den vielen, vielen Jahren Expansion, Entwicklung etc., dass Dubli wirklich auch für die Zukunft einfach das Paradebeispiel ist eines hervorragenden internationalen Global Players. Und da wollen viele, viele sich ein Stück rausnehmen und sagen, hey, das macht Sinn, weil einfach auch die Geschichte im Network-Marketing wirklich eine neue Ära einschlägt und zwar wirklich der E-Commerce, der ganze Travel-Bereich, der ganze Energie-Bereich, der ganze Wellness-Bereich, der ganze Kosmetik-Bereich, alles unter einem Dach verkörpert Dubli tagtäglich in einer Perfektion und das international. Ich meine, der neue Shop, der jetzt gerade aufgeht für Frankreich, nur ein Beispiel, um eines von vielen Beispielen zu nennen, das zeigt einfach ganz klar, dass Dubli hier wirklich alles, was wir in den letzten Monaten gemeinsam durchlebt haben, abgearbeitet hat, zum einen, zum anderen wirklich in Perfektion, über das Ganze, was wir besprochen haben, drüber ausgeschossen ist und wirklich den Partnerinnen und Partner Tools angeboten hat, die einfach selbst ein Profi in dieser Industrie wirklich nicht denken konnte und wirklich auch nicht erwartet hat, was hier gerade für Einfachheit wirklich im Hintergrund programmiert wurde. Ja, zum Thema Programmierung, auch da sind einige Leute, die natürlich auch in Dubai dabei gewesen sind, wirklich hell begeistert, weil dieses Stuff, was da gezeigt wurde, was Dubli eingekauft hat für die nächsten Jahre, wirklich gerade auch hier in diesem Bereich frontal vorne vorab zu ziehen, nicht nachzuziehen, sondern wirklich als Vorreiter in dieser Industrie aktiv zu sein, da waren die Leute hell begeistert und haben gesagt, das gibt es ja gar nicht, was wir hier für ein Know-how-Transfer in die Firma reinbekommen haben und das gibt Sicherheit, meine Damen und Herren. Das gibt eben auch Sicherheit für die Zukunft, für Sie, für uns alle im Team, für die ganze Organisation und für die Dubli Nation. Das ist wirklich etwas, was wirklich jedem ein gutes Gefühl gibt und sagt, hey, Moment schnell, ich bin hier wirklich in einer Company, wo im Hintergrund wirklich für mich gearbeitet wird und wir persönlich können wirklich auch für Dubli arbeiten im Sinne von Expansion, im Sinne von Partnerprogrammen, im Sinne von Kundenaufbau etc. Und das, diese Win-Win-Situation hat wirklich etwas gezeigt, dass Sie hier weltweit in keiner anderen Firma, egal wo Sie da irgendetwas nachschauen oder mal prüfen, das werden Sie nicht finden, weil es einfach ein komplettes Ding ist. Es ist komplett aufgebaut, es ist komplett in sich geschlossen, in Perfektion für Sie bereit. Ja, meine Damen und Herren, wir werden uns sicher auf der Roadshow sehen, sei das in Europa oder sei das auf der Roadshow in Amerika. Ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen, Sie kennenzulernen. Selbstverständlich, wenn Sie Fragen haben zu Dubli, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Ich werde Ihnen dann auch den passenden Sponsor in Ihrer Region zur Verfügung stellen, mit Ihnen verlinken, damit Sie wirklich auch gemeinsam diese Erfolge feiern können in Zukunft. Und das würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Entscheidung treffen, wenn Sie das prüfen, wenn Sie das anschauen und vor allem auch beim nächsten Event, wenn es heisst, internationales Zusammentreffen, Dubli Nation, wenn alles zusammenkommt, dass Sie da Ihre DNA wirklich in Perfektion dann abholen und mit Ihren Teams, mit Ihren Frontliners, mit Ihren Leaders und Leaderinnen etc. Egal, wo Sie Kontakte pflegen, egal, was Sie für massive Vorstellungen von Ihrer Zukunft haben, ich bin heute hundertprozentig überzeugt, dass wir Ihnen das bieten können. Ich bin überzeugt, zu tausend Prozent, dass Sie hier in eine Zukunft gehen können, die wirklich auch Ihr Lifestyle verändert, Ihre Zukunft verändert, Ihre Art, vielleicht auch mit gewissen Dingen umzugehen, verändert. Und vor allem sind Sie hier wirklich in einer Industrie, die seinesgleichen sucht. Sie sind also wirklich ein Pionier im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und genau da kommt einfach wirklich auch mal eine Entscheidung zum Tragen, wo und von wo kommen Sie, was wollen Sie, wo wollen Sie hin und mit welchem Werkzeug wollen Sie dorthin, mit welcher Firma wollen Sie dorthin und vor allem mit welchen Menschen, die Ihnen helfen und mit Ihnen gemeinsam diesen Weg durchleben. Ja, und da sind wir bereit, da sind wir zu tausend Prozent bereit und freuen uns wirklich mit Ihnen in Kontakt zu treten, freuen auch Sie zu beraten, zu zeigen, was wir bis heute gemacht haben und was die Zukunft uns bringt und wo Sie sich einbinden können, ob das jetzt in der französischen Schweiz ist oder ob Sie aus Russland kommen, ob Sie aus Deutschland kommen, ob Sie auch Kontakte haben in verschiedenen anderen Ländern. Wir sind bereit, wir können heute internationales Business machen, in Perfektion und das zeigen wir tagtäglich. Stündlich, minütlich, ja, sekündlich zeigen wir das, dass wir hier gerade wirklich etwas bewegen, was wirklich sensationell ist. Ja, das von meiner Wenigkeit und von meiner Seite her, Sie können selbstverständlich mit mir Kontakt aufnehmen und dann werden Sie mit dem einen Klick, werden Sie logischerweise zu der Person in Ihrer Region weitergeleitet. Das wäre dann Ihr persönlicher Sponsor oder Ihre persönliche Sponsorin und Ihr Beginn oder Ihr Neustart kann sogar somit vor Weihnachten beginnen und dementsprechend wünsche ich Ihnen eine gute Entscheidung. Danke, dass Sie mir kurz zugehört haben und ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Danke, Ihr Steffen Onstedtl.